Herzlich willkommen bei Nerdplay, eurem Cosplay-Podcast. Ja, ich bin heute hier alleine, die Yavanna ist heute nicht am Start, aber wir haben trotzdem eine super Show für euch vorbereitet. Ja, ganz vorab, unseren Podcast könnt ihr auf der Homepage auf nerdizismus.de, auf Spotify und iTunes finden. Und wir wollen heute mit einem Cosplayer sprechen, ja, den wir schon seit einer ganzen Weile auch kennen. Deswegen freut es mich umso mehr, dass er heute da ist. Luke Acker, StarCrafts. Hi! Hi! Sag mal, Luke, also wir stellen all unseren Gästinnen und Gästen vorher so eine Frage. Wie hoch ist denn auf einer Skala von 1 bis 10 dein Nerdfaktor? Minimal 10. Ja, das finde ich gut. Sehr mutig. Ja, die meisten sagen immer so, ja, irgendwas zwischen 5 und 7, weil sie sich nicht zu hoch ranken wollen. Aber ich finde es gut, dass du direkt 10 sagst. Ja, ja. Also, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber ich droppe das eigentlich auch immer gleich, wenn ich jemanden kennenlerne, dass ich gleich mal mich oute. Weil vielleicht, ich meine, sehr viele Leute kommen auf das dann auch wieder zurück und starten dann gleich mit den richtigen Gesprächsthemen. Und dann, ja. Ja. Dann weiß man halt auch direkt schon mal, woran man ist, ne? Total, total. Ja, du hast eine super vielfältige Auswahl an Cosplays aus den absolut unterschiedlichsten Genres, ne? Also, ich kenne dich als Kylo Ren, als Kick-Ass, als Captain America. Du hast ja auch Percy Jackson mal was aus Percy Jackson gecosplayt. Wie lange bist denn du eigentlich schon Cosplayer? Also, wann hat das bei dir angefangen? Also, aktiv gecosplayt habe ich das allererste Mal 2014. Das war so eine ganz winzige Anime-Dorf-Convention. Und, ja, bei uns in Österreich ist eben interessant, dass wir eigentlich keine Comic-Cons hatten. Das ist jetzt was sehr Junges. Und wir hatten aber schon sehr lange Anime-Conventions und Comic-Cons, die waren eher Börsen, Tauschbörsen und das Ganze. Also, da hat niemand ein Kostüm getragen oder so. Ja, dann hast du direkt aber ein Cosplay gemacht dafür. Ja, es hat natürlich ein bisschen gedauert. Also, ich habe mich am Anfang noch nicht so getraut. Aber dann hat man eben schon gesehen, dass als, also, sehr viele Leute, am Anfang waren es eben mehr so T-Shirts und dann so ganz simple Casual-Cosplays. Aber dann ist es mit der Zeit immer etwas extremer geworden. Und ich glaube eigentlich, es ist wirklich die, sehr viele Anime-Cosplays waren so, dass die Ersten, die sich so aktiv getraut haben und auch so große Projekte gemacht haben. Und sekundär dazu war bei uns die Lab-Szene eigentlich auch schon sehr lange vertreten. Ja, über die österreichische Cosplay-Szene wollen wir auf jeden Fall gleich auch noch ein bisschen reden. Aber erst mal noch ein bisschen über dich. Hast du denn beim Cosplaying ein Lieblings-Genre oder ein Lieblings-Fandom, was du am liebsten cosplayst? Oder sagst du, die Mischung macht's? Uh, ich würde sagen, echt die Mischung. Also, ich könnte mich jetzt, man, das ist wie, wenn man sich für ein Lieblingskind entscheiden müsste. Ja, genau. Da will ich mich echt auf nichts festnageln. Also, besonders, wenn man jetzt nerdig und geekig unterwegs ist, dann konsumiert man ja extrem viele verschiedene Medien einfach. Und man entdeckt einfach in so vielen Spalten dann neue Charakter, mit denen man sich identifiziert oder so. Und ja, es passiert schneller als gedacht, dass man sich in einen Charakter verliebt und wiederfindet. Ja, das fühle ich. Hast du denn auch ein Cosplay, das du so am häufigsten getragen hast? Also, dass du irgendwie mehrfach ausgegraben hast, weil du das besonders magst oder weil es besonders comfy ist oder so? Uh, da muss ich überlegen. Eigentlich, ich glaube, das Captain America Cosplay. Hätte ich jetzt auch fast gesagt, so. Ja, also, bequem war das überhaupt nicht. Nee. Überhaupt nicht. Ich habe es nämlich umgenäht. Und am Anfang war es ziemlich saggy und breit und schlecht geschnitten und so. Das war damals eine Commission. Da habe ich jemanden, den ich online gefunden habe, beauftragt, dass die mir hilft. Und es hat mir eben nicht ganz gepasst und habe es dann nach und nach geändert. Und ich hatte dann, ich glaube, mit dem zweiten Mal tragen, hatte das Outfit eine ziemliche Korsettwirkung. Ja. Geil. Und Rückenschmerzen vorprogrammiert. Aber na ja, die Haltung wird ja auch benotet. Auf jeden Fall. Ist das dann auch dein liebstes Cosplay oder sagst du, nee, mein liebstes Cosplay war eigentlich was anderes? Ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, war es wirklich mein Lieblingscosplay, weil ich hatte damit eigentlich auch die besten Interaktionen. Ich habe die meisten Leute kennengelernt. Und ich habe mit den meisten Leuten in diesem Cosplay eine Konversation gestartet und so was. Und da merkt man einfach, dass der Marvel-Fandom eigentlich extrem gewachsen ist auch, weil von Jahr zu Jahr, es ist ja auch nie alt geworden irgendwie, das Outfit. Genau. Man kann es halt immer tragen, ne? Das ist so das Schöne daran. Ja, genau. Und ich finde, das ist nämlich auch echt schade, weil es gibt sehr viele Leute in der Szene, die gewisse Cosplays dann einmal tragen und wer weiß, wie viel Zeit und Budget investiert haben. Und dann wird, weiß ich, ein Fotoshooting nochmal rausgekramt und dann war es das. Ja, das ist immer ein bisschen schade, ne? Also ich trage auch Cosplays tatsächlich gerne häufiger. Einfach weil das so schön ist, wenn man es dann halt trägt, ne? Du hast gerade das schon so schön gesagt. Man investiert so viel Zeit und Liebe da rein und dann ist es irgendwie schade, wenn es in der Ecke verstaubt. Oh ja, total. Ja. Und Captain America ist auch so ein Cosplay von dir, da erinnere ich mich immer total gerne dran. Eben weil wir uns da auf der Convention kennengelernt haben. Erinnerst du dich noch? Uh, ja, ja. Ja, das war die German Comic Con in Berlin 2016, Luke. 2016, das ist schon so lange her wieder. Und du warst da als Captain America und ich war als Quicksilver und ich habe dich angesprungen und wollte dir eine runterhauen. So hat alles angefangen. Ja, 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 ja. Das ist genau der Punkt, was ich gemeint habe. Und ich glaube, ich habe es da damals auch wieder ein bisschen abgeändert. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe es auch extrem witzig gefunden, das Kostüm immer wieder etwas zu verändern oder so, dass man dann so neue Aspekte an dem Ganzen zeigt. Das Kostüm erinnert mich witzigerweise an eine Simpson-Episode, wo Marge in einen Countryclub eingeladen wird und sie hat dieses eine teure Kleid. Ah ja, das kenne ich. Genau, und sie arbeitet es immer wieder um zum Golfen, zum Tennisspielen und dann, keine Ahnung, irgendwie als Sacko oder so. Und es ist aber ein und dasselbe Kleid und so. Und irgendwie habe ich denselben Bezug zu dem Captain America Cosplay. Und ja, es ist witzig, wie viel Geschichte man mit einem Stück Kleidung oder mit einem Kostüm verbindet. Absolut. Oh, das hast du so schön gesagt. Ja, und eh, wir haben uns auch so kennengelernt. Das ist genau, was ich vorher gemeint habe. Total lustig eigentlich. Absolut. Ja, Luke, für uns bist du einer der krassesten Cosplayer ever. Also, weil du auch einfach innerhalb weniger Tage ein komplettes Cosplay fertig gemacht hast. Ich erinnere mich zum Beispiel daran an deinen Kick-Ass-Cosplay. Da hatten wir uns dann für die Comic-Con verabredet in Dortmund. Und du hast noch irgendwie an dem Abend vor der Con die gelben Streifen dran gemacht. Oh, oh mein Gott. Ja, ja. Oder als du Kylo Ren warst, ne? Da kamst du auch, ja, und meinst, ja, ich muss noch das Cape nähen. Und wir so, wow, der näht jetzt einen Tag vom Shooting noch das Cape. Luke ist so krass. Also, das finde ich echt bemerkenswert, dass du es schaffst, richtig hochwertige und gute Cosplays in so kurzer Zeit zu machen. Ich muss sagen, ich glaube, das kommt echt dran an, wer es sich ansieht und wie genau. Also, ich habe einige Freunde, die eben eine Ausbildung als Schneider, beziehungsweise Schneiderin haben und so. Und da, da muss ich halt schon wirklich gewisse Nähte und so verstecken oder so, weil die werden dann auch unter die Lupe genommen oder so. Und das wird dann auch angesprochen vielleicht. Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe schon Cosplays oder Elemente von Cosplays gekauft, also besonders so Lederjacken oder sowas. Ja, klar. Ich finde, es ist einfach was Magisches, wenn man was selber macht. Besonders, weil es auch wieder so viel Platz und schafft für Konversationen. Besonders, weil ich glaube, auf Conventions findet man dann schnell jemanden, und der denselben Leidensweg hat wie einer. Voll. Und das verbindet einfach, besonders diese Last-Minute-Aktionen irgendwie. Da erinnert man sich halt auch gerne dran, ne? Total, total. Also, immer wenn du hier warst, muss ich halt dran denken, wie wir noch was an deinen Cosplays gemacht haben, so mitten in der Nacht noch. Während Jenny und ich dann immer gechillt haben und uns einen Sekt nach dem anderen reingeklöppelt haben und du saßt dann da und hast noch so genäht und so. Das war schon echt witzig. Und das Ergebnis lässt sich halt echt sehen dafür, dass du vieles halt so spontan halt noch hinkriegst. Also, bei mir sieht das dann immer aus wie hingekackt und hingeschissen. Oh, überhaupt nicht. Also, das finde ich nicht. Also, ich finde es echt lustig, dass man selbst, glaube ich, immer den schlechtesten Bezug zu seinem Kostüm hat. Ja, stimmt. Beziehungsweise der größte Kritiker ist, logischerweise. Man kritisiert sich ja selbst immer. Wahnsinnig. Ja, ja, total. Und witzigerweise das Kylo Ren Cosplay, ich muss sagen, ich glaube, das ist der, lustigerweise, ich glaube, das wenigste Geld, was ich je für ein Kostüm ausgegeben habe. Wow. Aber die meiste Zeit investiert habe. Ja, das ist geil. Also, was war denn dein teuerstes Cosplay, wenn ich fragen darf? Ähm, uh, da muss ich überlegen. Ich glaube, persönlich war es wirklich das Captain America Cosplay. Ja. Weil es war eben eine... Eine Commission, ne? Genau, Commission. Der Helm war eine Commission, das Schild war eine Commission. Und damals konnte man eben noch nicht von Hasbro die 1 zu 1 Replika kaufen oder so. Ja. Ja, da musste man wen finden, der das irgendwie herstellen kann oder so. Und da war ich mir auch noch nicht so sicher mit dem Craften und so. Und ja, ich habe es ja dann, glaube ich, auch, bevor ich es dann in Commission gegeben habe, ich habe zweimal probiert, selbst zu nähen. Aber ich bin einfach immer gescheitert. Und das muss man dazu rechnen, finanziell. Ja. Das stimmt. Also, ich finde auch tatsächlich so ein Schild selber machen, da, das kriegt man nicht so einfach zu Hause hin. Ich habe ja auch mal eine weibliche Version von Captain America gemacht. Das ist auch schon ewig her. Und ich habe eine relativ Billo-Version gemacht mit Corsage und sowas, ne? Aber ein Schild selber machen, ich habe das aus Pappe gemacht. Und mein Schild sah, also wenn du genau hingeguckt hast, dann hast du gesehen, dass es halt Pappe war. Aber von Weitem sah es ganz okay aus für die crappy Sache, die ich da irgendwie hingerotzt habe. Also, ich kann das halt auch total verstehen, dass du sagst, ich gebe das halt in andere Hände, ne? Und ich finde das auch super, weil voll viele Cosplayer, die reden da nicht so gerne drüber. Die sagen, ja, ich habe das machen lassen. Aber dann wird das halt so präsentiert, als wäre es das eigene und hätte man das selber halt gemacht. Und ich finde schon, dass man halt auch zugeben sollte, wenn man was sich anfertigen lässt, oder? Ja, total. Also, ich finde, daran ist eigentlich nichts falsch. Besonders, wenn man jetzt zum Beispiel was in Commission aufgibt, dann sollte man drüber nachdenken. Man unterstützt ja dann damit auch einen Künstler in dieser Szene einfach. Und das ist ja eher was Gutes als was Schlechtes. Sehe ich auch so. Und man tritt in Kontakt mit Leuten aus, was weiß ich, Italien. Oder man findet jemanden, der einfach im Ort nebenan wohnt und zufälligerweise genau dieselben Interessen hat und sowas. Also, es verbindet auch, weil man eben gezwungen ist, zu kommunizieren. Ja. Ja. Also, du würdest auch jederzeit noch mal was in Commission geben. Ja, ja, ja. Besonders. Ich muss sagen, ich glaube, einen kleinen Hauch, auch kratzt es natürlich schon an der Ehre so ein bisschen, weil man sich denkt, vielleicht könnte ich das in 300 Stunden gezielter Arbeit selbst umsetzen. Ja. Aber vielleicht wird es dann nur halb zu gut oder so. Und ja, wie gesagt, man sollte wirklich drüber nachdenken, weil wenn man jetzt da zum Beispiel in ein Element von einem Kostüm 100 Euro investiert, dann sind es ja nicht 100 Euro, die irgendeine große Firma bekommt, sondern wirklich einen Künstler einfach, den man damit unterstützt. Also, der hat ja auch was davon. Ja, man muss halt immer selber gucken, was kann man selber machen, ne? Also, ich habe auch für meine Ray die Lederarbeiten in andere Hände gegeben. Einfach, weil ich gesagt habe, diesen Ledergurt, da kriege ich nicht alleine hin. Das wird bei mir niemals so gut aussehen. Und dann habe ich eine Bekannte gefragt, die das halt professionell halt macht. Die hat so einen Etsy-Store dafür. Und ja, zack, hatte ich meine Sachen, ne? Und ich musste mir keine Sorgen machen. Ja, super. Besonders, ich glaube, das sind auch solche Nischen einfach, weil es ist nicht selbstverständlich, dass sich jemand mit Lederarbeiten auskennt. Besonders, das ist sowas, wer weiß das schon. Ganz genau. Ja, lass uns mal über Cons reden. Cons sind ja für die Cosplayer der Hotspot, um gesehen zu werden, um die neuesten Kreationen zu zeigen und sich halt auch fotografieren zu lassen. Und du kommst ja aus Österreich und ich erinnere mich noch gut an unser erstes Treffen, wo du so völlig überwältigt warst von der Comic-Con in Berlin, weil die so anders war als die Cons bei euch. Was ist denn so der größte Unterschied eigentlich zwischen den Cons in Österreich und in Deutschland für dich? Oh, da muss ich gleich klarstellen, könnte es sein, dass die Punkte, die ich jetzt anspreche, sich vielleicht negativ anhören, aber ich meine sie nicht negativ. Ja, ich glaube, ein großer Punkt ist einfach die Größe, der Umfang, die Stargäste. Das hat mich schon überwältigt, weil ich meine ein bisschen, besonders am Anfang, wie die Comic-Cons bei uns erst ins Rollen gekommen sind, hat sich alles so ein bisschen, ich sage mal so, es fühlt sich alles ein bisschen familiärer an. Es ist etwas mehr Dorf. Ja, es war einfach alles kleiner. Und der größte Culture-Schock für mich war einfach, wie groß Berlin war jetzt einfach, die erste Deutsche Con eben. Dann wie viele verschiedene Vereine es gegeben hat. Und es gab dann auch so Seminare und Workshops, die jetzt über dieses, es gibt ja so gewisse Workshops und Seminare, die auch angeboten werden oder so zum Zuhören einfach, solche Talks. Und die sind mehr oder weniger bei den meisten Conventions ähnlich. Das stimmt. Ja, und in Berlin gab es eben einige, die schon sehr niche waren, wieder etwas Neues waren, also sehr innovativ für mich persönlich, weil, wie man zum Beispiel Independent Movie Making und solche Sachen, die ich vor allem noch nie gehört habe oder jemanden drüber reden gehört habe oder so. Und das habe ich auch sehr cool gefunden. Ja, und ich glaube, was mich sehr schockiert hat, besonders bei den Wettbewerben und allgemein bei den Cosplayern auf der Convention, war, dass das Character Play und auch bei den Vereinen und so, das Character Play, habe ich bis zu dem Punkt damals, 2016, in Österreich eigentlich fast gar nicht wahrgenommen. Also, das war in Deutschland eben etwas aktiver, das war ein integrierter Part an dem Ganzen, besonders bei Bühnen-Performances, bei Wettbewerben zum Beispiel. Das war bei uns eher die Ausnahme als die Regel. Also, ja. Ja. Und du hattest ja auch eben erzählt, dass die Cons in Österreich, dass das so ein bisschen gedauert hat, bis das so angekommen ist bei euch, ne? Woran lag das denn vielleicht? Oder war Deutschland vielleicht auch eine Inspiration, um eine größere Szene aufzubauen? Oh, total, total. Ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, wird die Grundmotivation Geld gewesen sein. Ja. Höchstwahrscheinlich. Aber ich glaube, was in Österreich etwas schwierig war, also ich habe es ja dann auch aus erster Hand erfahren, das Feedback, dass gewisse Messezentren oder Gemeinden oder so wollen nicht mit dem assoziiert werden, weil das eben sehr sonderlich wirkt und sowas. Und es war sehr verrufen, das Ganze so ein bisschen. Und besonders wenn man dann auf das etwas näher eingeht, dann, ich glaube, das hat auf sehr viele Veranstalter oder so oder mit Gelegenheiten in Österreich etwas unseriös gewirkt. Ja. Und was auch ein großes Thema war, was ich halt von vielen Veranstaltern und so gehört habe, also im Nachhinein, oh, du, ich dachte anfangs, das ist was Sexuelles, aber ich habe es dann gegoogelt. Okay. Crazy. Ja, das, ich glaube einfach, da waren die Leute einfach uninformiert. Ja, total. Ja. Ja, krass. Aber ist doch schön, wenn sich das alles so aufgebaut hat in den letzten Jahren, oder? Also ich meine, es ist doch toll, wenn man jetzt auch in der eigenen Heimat so eine etwas größere Szene hat. Ja, total, total. Am coolsten finde ich es einfach, aus wie vielen Ecken und Kanten sich dann teilweise Vereine entwickelt haben oder dass eh zum Beispiel die Lab-Szene sich so ein bisschen weiterentwickelt hat, neue Mitglieder bekommen hat, dass aus dem Nichts auf einmal neue Cosplayer entstanden sind. Und was ich halt auch glaube, war so, dass besonders jetzt von Marvel und von Filmen eher Cosplayer, die waren jetzt eher fehl am Platz auf Anime-Conventions. Ich meine, es gab immer wieder mal ein paar Leute und so, aber es hat sich halt ein bisschen nicht richtig angefühlt. Das hat sich jetzt alles geändert, logischerweise. Jetzt ist alles mehr eine Mischung. Aber ich glaube auch, wenn du dann zum Beispiel jetzt Captain America cosplayen möchtest oder was von Star Wars oder so, dann hast du dich immer ein bisschen fehl am Platz gefühlt auf einer Anime-Convention. Ja, klar. Ja, genau. Und das hat sich mit Comic-Consens ein bisschen geändert. Und was ich gemerkt habe, weil ich ja davor auf Anime-Conventions war, auf Anime-Conventions hat das mit der Zeit von Jahr zu Jahr etwas abgenommen, dass man auf Leute zugeht und über die Kostüme rät. Das ist immer schwächer geworden. Und mit den ersten Comic-Cons in Österreich, da war das wieder ganz frisch. Da waren auch sehr viele Casual-People, Familien. Du hast sehr viele Leute mit Kindern gesehen, wo Eltern und Kinder im Kostüm waren und so. Und da hat es eben wieder mehr Dialog gegeben. Da sind Leute auf jemanden zugegangen und so. Und man ist extrem viel fotografiert worden. Man hat untereinander Selfies gemacht und so. Cool. Und ja, da hat man einfach gesehen, da hat sich ein Großteil der Bevölkerung danach gesehnt, aber das hat es nicht gegeben. Aber voll gut, dass sich das dann so verändert hat, ne? Ja, ja, das ist extrem lustig. Ich habe es auch witzig gefunden. Ich habe ja Kunst studiert und abgebrochen erfolgreich. Und ich hatte, das war ein sehr, es ist ein Zitat von einem Professor, einen älteren Professor, aber sehr geschätzten Künstler. Und der hat eben gesagt, Popkultur ist keine Kultur. Und das hat sehr geschmerzt. Und die Meinung haben halt einige Leute vertreten eben, dass das was Minderwertiges ist. Und es hat nichts mit Kunst und nichts mit Kultur zu tun einfach. Und das ist... Aber das ist ja traurig. Ja, ja. Und das, so eine Aussage in 2016, 17 oder sowas. Wow. Das ist hart. Zum Glück wissen wir es ja besser, Popkultur ist Kultur. Definitiv, definitiv. Also, ja. Straight. Also, das ist pures Arte-Programm eigentlich. Total. Ja. Gibt es denn auch in der Cosplay-Szene so generelle Unterschiede, die du jetzt so auf den Cons vielleicht bemerkt hast? Oder bei Fotoshootings? Also, ich weiß nicht, du hast ja eben auch gesagt, dass die Anime-Szene bei euch sehr groß ist. Ist das vielleicht so ein markanter Unterschied? Ja, also, bei uns ist es definitiv so, dass die Anime-Szene viel stärker ausgeprägt ist. Was so ein bisschen so ein Genre ist, das auf Anime-Conventions und Comic-Cons beides vertreten ist, sind einfach Videospiele. Aber Comic-Cons haben halt eher Filme und solche Franchises. Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren hat es sich sehr gemischt. Also, und was mir auch aufgefallen ist, ist einfach, dass der Anteil von weiblichen Cosplayern ist einfach sehr viel dominanter als männliche Cosplayer. Und ich glaube nämlich auch, also, was mir aufgefallen ist, ist, wir haben hier auch viele Modeschulen und das Ganze, wo Kostüm und so auch ein Thema ist. Und auch bei uns in Theater-Szene und so. Es sind ja auch angesehen, also Kulturberufe hier. Und es gibt viele, die eben aus diesen Hochschulen oder Studien oder Lehrgängen oder so, die dann so einen Eingang in Cosplay finden einfach. Und das sind halt eher meistens Mädels. Und ja, und ich glaube eben, auch mit den Comic-Cons haben es sehr viele Jungs und Männer gegeben aus einem technischen Beruf, die dann einfach gesehen haben, oh, da kann ich Lampen und Elektronik reinpumpen in das Ding und das und das. Und da kann ich mit Holz arbeiten und mit Leder arbeiten, was auch immer. Und dass das dann vielleicht auch so ein bisschen, wenn man sich jetzt nicht so mit der Szene auskennt, es ist nicht alles Textilien, nichts alles Nähen. Also ich glaube, es hat einen sehr femininen Ruf gehabt am Anfang einfach. Und das hat sich natürlich dann eigentlich ziemlich schnell weiterentwickelt und geändert. Cool. Ja, wie sieht denn die Cosplay-Szene so momentan aus? Also hast du das Gefühl, dass die Leute ein bisschen aufgegeben haben, weil eben keine Convention sind gerade? Oder wie siehst du das? Also, ja, was ich jetzt so mitgekriegt habe, ist schon, dass so eine allgemeine Motivationslosigkeit da ist, weil man hat im Prinzip einen Grund weniger, warum man jetzt aktiv am Kostüm weitermachen sollte. Weil es gibt keine Deadline, es gibt keine Convention, es gibt kein Ziel, auf das man hinarbeiten kann, weil keiner von uns weiß. Ich meine, für das Jahr sind Conventions bestätigt, aber keiner glaubt ehrlich, dass die stattfinden, das Jahr, weil keiner weiß, wie die Situation weitergeht. Egal, welche Meinung man zu dem Ganzen hat. Keiner weiß, wo wir am Ende des Jahres stehen mit dem Ganzen. Und es ist natürlich auch so rein von den Auflagen her und so etwas schwierig, so eine große Veranstaltung eben stattfinden zu lassen. Was ich jetzt so gemerkt habe, einige Leute, die versuchen, sich etwas weiterzubilden, dass sie zum Beispiel, also ein paar Bekannte zum Beispiel, also eine Freundin von mir, die haben jetzt etwas versucht, nähen zu lernen zum Beispiel und Schnittmuster zeichnen und so und versuchen, dass sie die Zeit nutzen, dass sie einfach mehr Skills sammeln und aufbauen und so. und ich glaube, es hat sich ja sehr viel, ja, ich weiß nicht, aber es ist etwas deprimierend, um ehrlich zu sein, weil einfach diese soziale Komponente einfach fehlt. Ja, es ist schwierig. Mich hat es auch, ich will jetzt nicht, ich möchte es jetzt nicht sagen, welche Veranstaltung das war, aber ich habe es auch ein bisschen nicht okay gefunden, dass es bei uns letztes, also im Rahmen der Pandemie, auch eine Convention gegeben hat, die stattgefunden hat. Genau, da wollte ich nämlich mit dir noch drüber reden, was war da denn los, dass die stattgefunden hat? Ja, also das Ding war, das waren natürlich finanzielle Absichten eben und es wurde eben empfohlen, also bei uns war es so, es wurde empfohlen, dass Veranstaltungen abgesagt werden, aber da war eben noch so eine Situation, wo es den Veranstaltern selbst übergeben war, ob es das stattfindet und wenn, dann eben nur mit Auflagen und so und Personenlimit und was auch immer. Aber ich habe von, ich war selber nicht dort, aber ich habe von einem Freund, der einen YouTube-Beitrag darüber gemacht hat, also so ein Vlog eben, habe ich gesehen, dass eben fast keine Leute Masken getragen haben, also es waren definitiv mehr als das Personenlimit angegeben und so, also, weil die Leute sehen sich eben nach wieder Normalität, nach sozialen Interaktionen und so und naja, das habe ich halt ein bisschen greedy gefunden, dass das halt dann stattgefunden hat. Ja, logischerweise. Ja, also es war nicht okay, ich habe das dann auch nicht unterstützt, ich bin nicht hingegangen, obwohl ich gerne hingegangen wäre, aber naja, das ist eben eigentlich nicht okay, überhaupt nicht. Ja. Wie war es bei euch? Ja, bei uns hat, glaube ich, die Dokomi stattgefunden, soweit ich weiß. Und ich meine schon, weil vieles, glaube ich, auch draußen war, also das war auch zu einem Zeitpunkt, wo nicht viel los war, wo man sowas theoretisch noch machen konnte. Aber ich fand es trotzdem krass, dass sie das durchgezogen haben, tatsächlich. Ich war auch sehr happy, dass bei uns die Comic-Cons und alles abgesagt wurde. Angeblich soll es dieses Jahr ja noch stattfinden, aber ich glaube da ehrlich gesagt noch nicht so gerade dran. Einfach, weil man sehen muss, wie sich das Ganze halt auch entwickelt. Und ich weiß, dass die Elfie ja stattgefunden hat. Die ist ja in den Niederlanden und es ist eine Con, die komplett draußen ist. Also, ja, das waren, glaube ich, die zwei Cons, von denen ich mitbekommen habe, dass sie stattgefunden haben. Ja, ja. Ich meine, irgendwie kann man es verstehen, weil es ist eine missliche Zwicklage, weil bei einer großen Veranstaltung, da hängen ja auch einige Jobs dran und so. Total. Es ist schwierig, weil rein so allgemein, moralisch und von dem Ganzen her wäre es nicht okay, aber andererseits könnte dann sein, dass jemand eben, keine Ahnung, sich die Miete nicht mehr leisten kann oder so. Ja. Es ist schwierig. Also, ich kann das auch verstehen. Man sieht halt beide Seiten. Man weiß, dass die Leute, die solche Cons machen, dass sie gerade total den Bach runtergehen. Viele von denen haben halt ein ganzes Jahr lang keine Con machen können. Das ist ein finanzieller Rückschlag. Und die wollen natürlich ihre Cons durchbringen. Wenn ich mir das jetzt mal so angeguckt habe, wie viele Cons immer wieder verschoben wurden. Die haben dann gesagt, letztes Jahr sollte im Mai oder März oder so was eine Con stattfinden. Und dann wurde gesagt, nee, wir machen das jetzt im Oktober. Und im Oktober wurde gesagt, nee, wir machen das nächstes Jahr. Und dann wurde gesagt, ja, wir machen das direkt im Dezember. Also, verstehst du? Die versuchen schon, ihre Cons halt irgendwie durchzubringen. Aber es geht halt einfach nicht momentan. Ja, es ist wirklich schwierig. Und ich glaube jetzt auch persönlich, dass logischerweise von jeder Regierung wird die Freizeitbranche einfach als extrem unwichtig erachtet. Und logischerweise werden dann Prioritäten gezogen. Und dieser Bereich wird dann vernachlässigt eben. und ja, ich meine, ich habe ja auch beruflich in der Freizeitbranche gearbeitet, habe dann halt auch den Job nicht mehr ausüben können und sowas. Es ist, ja, es ist, man wünscht, es wäre anders, aber ich glaube, am schlimmsten ist eigentlich an dem Ganzen, dass das mental und so einfach extrem schadet. Ja, ich merke das auch bei mir total, dass, na, man fühlt sich halt irgendwie so alleine gelassen, dadurch, dass die ganzen Veranstaltungen nicht mehr stattfinden können. Also, ich meine alleine schon, dass man nicht ins Kino kann, finde ich echt, ja, schmerzlich, aber ich weiß ja auch, dass es besser so ist, ne, und ganz ehrlich, wenn die Kinos jetzt aufmachen würden, ich würde auch nicht in der ersten Woche direkt dahin rennen, einfach, weil ich denke, dass das alles so überladen wäre. Also, ich glaube halt tatsächlich, wenn dann Konz wieder stattfinden, dann dauert es trotzdem noch irgendwie ein Jahr oder so, bis die Leute sich wieder trauen, hinzugehen tatsächlich. Ja, ja, es, ja, ich, also ich meine, ich, ja, ich kann es nur unterschreiben, diese Aussage. Ja, du hast ja auch schon mal eine kleine eigene Kon veranstaltet. Magst du uns darüber mal so ein bisschen erzählen, also, wie die heißt, wie man überhaupt mit der Orga anfängt und so weiter? Okay, äh, ja. Hol mal aus. Okay, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen sagen soll, weil, äh, die, die, die veranstalte ich jetzt nicht mehr. Das wurde abgegeben an die Gemeinde, also ich hab da keinen Anteil mehr dran und es hat sich dann auch anders weiterentwickelt, wie die das weitergeführt haben. äh, also, falls okay ist, sag ich den Namen jetzt einfach nicht. natürlich. Ähm, ja, also, ähm, ich hab da, das ist eben eine kleine Gemeinde in Oberösterreich gewesen und, äh, ich hatte da einen Bekannten, den ich schon sehr lange, äh, kenne, schon seit ich klein bin und so, und der hat eben ein, so einen kleinen Comic-Laden mit, Schrägstrich Videothek und so und, und der hat eben auch schon, ähm, Events gemacht, also so, so Treffen und Sammeltauschbörsen und das Ganze, aber in einem ganz kleinen Umfang und, ähm, bei uns war es dann damals so, dass in meiner Gegend, da hat's, also gleich bei mir nebenan, da gab es eine Anime-Convention und, äh, die hat Location gewechselt. Also das war wirklich bei mir direkt zu Hause und die haben eben gesagt, nein, das, sie wechseln jetzt die Location und die ganze Organisation und so löst sich auf und was auch immer und, naja, ich hab dann eben meiner Gemeinde vorgeschlagen, so mit, hey, wie wär's, wenn, wenn wir das machen, weil das ist ja auch Geld für die Gemeinde und Tourismus und das Ganze und, ja, und die haben halt dann gemeinsam mit, von wegen, ja, was ich bitte für Referenzen habe und was ich für Kenntnisse in dem Bereich habe, dass ich von mir anmaße, dass ich das in die Hand nehmen könnte und so und haben dann eben gesagt, außerdem bin ich viel zu jung für das und sie glauben da nicht wirklich dran, dass das was werden könnte. Ähm, ja, und dann hab ich das halt dem einen Bekannten aus dieser Gemeinde gesagt, die, der hat gesagt, ja, warum machen wir das nicht gemeinsam, ich mach sowieso Events und, äh, wir machen das einfach jetzt in groß in unserem, in unserer Messe, im Messezentrum in der Stadt mit eben und, ja, so, so sind wir eben ins Gespräch gekommen und dann hat sich das ziemlich schnell entwickelt, dass wir beide so eine Art, äh, Businessplan und Ideen erstellt haben, wie der Ablauf sein soll, was für ein Datum, ähm, welcher Umfang, wir haben uns zum Beispiel dafür entschieden, dass es kein Wochenende ist, sondern nur ein Samstag, ähm, ja, einfach aus Budgetgründen und das Ganze, weil wir wollten, wir haben dann auch gesagt, ja, wir wollen das ja mal testen, ob das überhaupt funktioniert in der Gemeinde und in so einem kleinen Umfang, weil es war eben wirklich eine winzige, kleine Mini-Convention, ähm, ja, und, und wir haben dann gesagt, ja, wie, wie machen wir es, dass, dass das vielleicht auch irgendwie einen Nutzen für die Gemeinde hat und wir haben uns dann für einen starken Charity-Fokus entschieden, dass wir eben der Gemeinde eben auch was geben damit, dass wir da eben auch den Segen der Gemeinde haben, dass wir eben, äh, Familien mit, in einer sozialen, schwierigen Situation, also zum Beispiel der Vater ist verstorben oder so und jetzt kann die Familie eben, hat finanzielle Probleme deswegen und so, dass, dass das Geld, also, dass ein großer Prozentsatz der Einnahmen eben an diese Familien direkt gespendet wird und, ja, da haben wir uns eben auch dann dafür entschieden, dass, äh, dass wir da eben auf sehr persönlicher Ebene und auf Augenhöhe kommunizieren und da wen auserwählen und so und ja, und, ja, im Prinzip, das hat sich dann immer mehr entwickelt und unser Konzept eben haben wir dann aufgestellt und welche Vereine wir einladen wollen und das Ganze und dann hatten wir immer ein Meeting mit dem Veranstalter und dem haben wir das erklärt, was wir vorhaben und dann haben wir auch über den Preis geredet und so und naja, das erste, die erste Aussage war dann mal nein und er hat eben gesagt, er glaubt an das nicht und, und er möchte keine, äh, Fetischveranstaltungen unterstützen. Wow! Und, ja, wir, wir haben dann gesagt, nein, das hat nichts mit dem zu tun, bitte, googeln Sie das einfach mal, den Begriff und die Definition und gucken Sie sich das an und so und, äh, der hat das halt nicht verstanden, das war auch ein älterer Herr eben und, und der war da ein bisschen verwirrt eben und, ja, der hat, der hat dann eben gesagt, nein, auf gar keinen Fall und so und so aber die Mappe, also die, die, das Konzept für die Veranstaltung könnt ihr hier liegen lassen bei mir beim Schreibtisch aber, ich sage einmal nein und das war dann wirklich eine Woche später und habe gesagt, ah, ich habe das gegoogelt und habe gesehen, was da alles in Deutschland los ist und so und ja, kann sich das eigentlich eh gut vorstellen und es ist eigentlich doch was anderes, als er gedacht hat und, nein, es war dann ein bisschen schwierig, sehr gut, ähm, ja, ja und, dann haben wir eben, ich habe dann Leute angeschrieben, Sponsoren gesucht und das Ganze, dass wir dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken, wir waren auch sehr transparent, wie viele, was wir mit den Einnahmen machen und so, also Kostendeckung, dass wir eben, das, was uns das Ganze kostet, das hat man ja, da haben wir uns dann darauf geeinigt, dass man das erst nach der Veranstaltung bezahlt, also die Miete und das Ganze und, ähm, dass wir über die Sponsoren, also da haben wir dann Werbung gemacht, äh, für diese Firmen oder beim Gewinnspiel oder so wurde das beigetragen, dass wir das dann eben einfließen haben lassen und so und, ähm, ich meine, ich muss sagen, Gewinn hat, haben wir nicht gemacht, also ich habe dann keinen Cent verdient und, das hört sich jetzt nicht viel an, aber, ähm, es waren dann insgesamt 800 Euro Spende, die wir eben einer Familie der Gemeinde geben konnten. Schön. Und das hört sich jetzt nicht viel an, ich weiß, was sind 800 Euro und so, aber. 800 Euro sind viel. Ja, genau und ich habe mir dann eben gedacht, ach so, es war ein bisschen mehr, es war ein bisschen mehr, es waren, ich glaube, es waren, 1.500 Euro. Oh, wow, siehst du, fast das Doppelte. Genau, genau, 800 Euro waren nur, ähm, Spenden, die wir über die Ticket-Sales eingenommen haben. Ah, aber es kamen dann Sponsoren und so noch dazu und das Ganze, also, ja. Ja, krass, ey. Wie ist es denn, wenn man so eine Con organisiert, also wo fängt man überhaupt an? Was ist so der erste Gedanke, den man da hat? Also, ähm, ich glaube, das Wichtigste wäre mal strukturiert und sachlich mal eine Art, äh, ein Konzept zu machen, also eine Business-Mappe oder sowas und da sollte man mal reinschreiben, was für ein Thema hat man, ähm, wie viele Tage, was für ein Programm, welche Gäste, und dann natürlich, äh, was für ein Budget plant man ein? Man sollte eine Mind-Map machen, zum Beispiel, für welche Sponsoren könnte man organisieren oder kontaktieren oder anfragen, ähm, besonders im näheren Umfeld der Gemeinde haben wir dann angefragt, also wirklich privat, private kleine Firmen und so wegen Sponsoring, ähm, und da, da ist halt wirklich, es kommt drauf an, wo man ist, aber das war jetzt zum Beispiel wirklich eine, ein Dorf mehr oder weniger, also eine ganz kleine Gemeinde und da, da ist man halt wirklich direkt zu dem, in den Laden gegangen und hat gesagt, hey, wir machen das, möchtest du Sponsor sein? Und, äh, da muss man eben dann, man muss auch sehr, man muss sehr extrovert hier drüber kommen. Ja, klar, ne, damit man die Leute so catcht. Genau, man muss sehr direkt sein, äh, man muss wirklich, und ich glaube, das Wichtigste ist auch, wenn man, äh, etwas von Leuten möchte, sollte man auch überlegen, was man ihnen bieten kann, im Gegenzug. Also, wenn man jetzt möchte, natürlich. Hey, du mit deiner Band, komm zu uns und mach ein Konzert, dann muss man auch überlegen, so, ja, was kann ich ihnen anbieten? Und auch, wenn es nur Presse ist und einfach Werbung. mit einem Kasten Bier. Ja, und, äh, im Prinzip so, ähm, und dann sollte man eben recherchieren, so mit, hey, äh, wie sieht's mit dem Budget aus? Woher bekomme ich das Geld? Kann ich was selbst beisteuern und so? Ähm, und dann, wenn dann dieses Konzept eben vor man nimmt, dann sollte man wirklich mal einen Veranstalter oder eine, äh, ein Messezentrum oder eine Location organisieren und mal ein, ein unverbindliches Gespräch organisieren, mit denen mal, wie ein Bewerbungsgespräch einfach mal drüber reden, so, wenn ich hätte das geplant, das wäre das, das Ziel, darf ich mir die Location etwas genauer ansehen und so und, ähm, für das kann man sich dann auch Termine machen und, ja, ich meine, wenn man jetzt wirklich sagt, die, äh, keine Ahnung, die, die Messehalle ist dafür bekannt, dass die, die, ähm, Akustik so gut ist und die haben einen reinen Musikfokus, dann ist man mit einer Convention vielleicht dann eher nicht so gut, äh, gegeben. Ja, klar. Man kann es probieren, aber ja, und was ich echt empfehlen kann, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich, ähm, es gibt extrem viele Burgen, also Schlösser und das Ganze, die auch dann einem Grafen gehören oder sowas, ähm, die teilweise aus Hochzeitslocation oder so vermietet, werden und, ähm, man kann echt kreativ sein, wenn es um Locations geht, also man muss jetzt nicht das stimmt. unbedingt dieses typische Messezentrum mieten oder so, man kann euch wirklich zum Beispiel, keine Ahnung, ein Schloss mieten oder ein Bauernhof oder sowas, ähm, absolut. Das kann natürlich auch dann von Vorteil sein bei einem, keine Ahnung, Harry Potter Thema oder sowas oder Fantasy Focus. Genau, hatten wir hier in Deutschland auch, ne, wir hatten ja auf Schloss Burg bei uns hier in der Nähe in Nordrhein-Westfalen hatten wir ein paar, äh, Cons, die auch so mittelalterlich waren und Harry Potter themed. Genau, genau. Und, ähm, da kann man echt, also kreativ sein. Ähm, ich meine, ich hatte dann auch einige Leute angeschrieben, ob sie vielleicht noch jemanden kennen oder so und, ähm, ich hatte zum Beispiel einen Vorschlag, das wäre ein, ein Untergrundnetzwerk aus Weinkellern, das stillgelegt worden ist. Ha, geil! Und, äh, das, das hat halt Vor- und Nachteile. Einerseits hat man eine sehr interessante Location, die sehr mittelalterlich und sehr dungeonmäßig wirkt eben, aber Temperatur ist zum Beispiel dann ein Thema und ein Problem und keine Steckdosen und sowas. Also, da muss man sich, da muss man echt überlegen, was die Leute brauchen. Und, ähm, ja, ich, also ich glaube, Planung ist das A und O. Man sollte einfach, äh, eine Mindmap mal machen. Ich glaube, das ist der einfachste, genau, was sind so Must-Haves auf deiner Veranstaltung? Was möchtest du vertreten haben? Und, ähm, ich glaube, ah, da, ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber da gibt es ein berühmtes Zitat, das heißt, set your goal, get your goal und im Prinzip erreicht man am ehesten ein Ziel, wenn man sich zuerst das Ziel setzt und dann rückwärts zurückverfolgt, wie man dieses Ziel erreichen kann. Genau. Also immer in kleinere Parts zerlegen. Also man merkt auch total, wenn du so redest, dass viel, viel mehr Arbeit dahinter steckt, als, ja, ich mache jetzt ein Con und ich buche jetzt eine Halle und los geht's, ne? Also es ist schon echt krass, wie viel Arbeit da drin steckt. Ja, ja. Und, ähm, ich muss auch sagen, ich glaube, ich hatte dann auch große Probleme und, äh, es, äh, an gewissen Ecken und Kanten, über die man am Anfang nicht nachdenkt, wie zum Beispiel unzuverlässige Helfer. Ja, oh nein. Oder Kommunikation, also das dann so war, dass dann zum Beispiel mein, äh, Kollege, der, der jetzt nicht so gern mit Leuten geredet hat, das hat dann halt auch Nachteile gegeben, weil dann wusste dann zum Beispiel der eine nicht, dass der die Schicht vom anderen übernehmen soll, um auf die Kasse aufzupassen und was dann schon dramatische, ähm, Sachen einfach sind. Also, ja. Ja, total. Aber ja. Ja, weißt du denn schon, was für dich das nächste Event sein wird, das du besuchst? Oder ist das noch im Argen aktuell? Ich muss sagen, ähm, wenn es ein Event gibt, ich glaube, dann würde ich mich, wenn alles mit rechten Dingen zugeht und wenn die Situation etwas, keine Ahnung, wenn es irgendwie, wenn man merkt von der Organisation, die haben sich Gedanken drüber gemacht, wie sie mit der Situation umgehen, also so Sicherheit und das Ganze und Gesundheit, ähm, dann würde ich mich auch gern drauf stürzen, ähm, aber wenn man merkt, okay, das wird jetzt einfach nur gemacht, weil finanziell, weil Geld, dann würde ich das vielleicht doch aus Respekt vor der Situation eher ignorieren, was dann schon schmerzt eben. Aber ich habe jetzt nichts ins Auge gefasst, aber ich bin offen und flexibel. Sehr gut. Ja, wie war das denn, äh, für dich mit der Pandemie? Hast du an irgendwelchen Cosplays gearbeitet oder hast du auch, wie ich, warst du lazy? Ich habe eigentlich nur überlegt und geplant und überlegt und, ähm, ja, ich habe dann auch sehr viele Serien geguckt, also, und neue Sachen gelesen und das Ganze, also Medien konsumiert und, ähm, ja, ich, also, ich weiß nicht. Soll ich einfach sagen, was ich so am Radar habe? Klar, ich wollte dich nämlich gerade fragen, was jetzt so deine Cosplay-Pläne sind. Ja, ähm, also, oh, das muss ich vielleicht noch ansprechen. Äh, ich habe jetzt so ein neues, so ein innerliches Motto jetzt schon seit, weiß ich nicht, zwei Jahren. Und zwar, das ist das, äh, Rucksack-Cosplay. Also, ähm, da geht's drum, also, das ist jetzt, ich will kein Cosplay von einem Rucksack machen, ich möchte, ja, ähm, da geht's drum, ich finde, ich bin persönlich der Meinung, äh, oder für mich persönlich, dass, äh, mein perfektes Cosplay-Play sollte in eine Tasche passen und nicht in zwei. Mhm. Weil das erleichtert einfach so viel am Transport und, und am Ganzen drumherum. Und wenn man das schon von Anfang an reinplant, dass das muss in eine Tasche passen und aus, ähm, dann zahlt sich das am Convention-Tag auf jeden Fall aus. Ähm, ja, das stimmt. Äh, also, ganz oben auf der Liste steht Aris von, äh, Lore Olympus, ist ein Webcomic. Ja, das habe ich mehr oder weniger von meiner Freundin aufgedrückt bekommen. Und, naja, das ist, äh, Toga, äh, Sandalen und Helm. Schon easy. Das ist gut. und das zweite wäre König, äh, Zorg von Disenchantment. Das ist der, der dicke König. Cool. Ja, geil. Ähm, und, ja, und dann eigentlich so die, die Overall Goals, die ich habe, mehr oder weniger, wäre eben mal so ein richtiges Lab-Kostüm, wo ich mich mit den Materialien austobe und Leder und Pelze und, also unechte Pelze, bestenfalls. Das wäre echt cool. Vielleicht auch, vielleicht mein, das klingt mega. Genau, weil ich weiß nicht, Fantasy-technisch habe ich eigentlich noch nie irgendwas gemacht. Dann wird Zeit. Genau, und das würde mich echt reizen. Und ich meine, bei euch gibt es ja dann auch die, die RP, äh, RPC? Nein. Genau, ja, Medieval Fantasy Con und sowas. Genau, da war ich noch nie und ich habe schon so viele tolle Sachen gehört und da möchte ich echt mal hin. Und, ja, deswegen, und, äh, was, auf was ich echt, das ist so was langjähriges einfach. Ich, ich bin ja total großer Marvel-Fan und ich finde ja, dass die Originalkostüme aus den Comics immer sehr weird aussehen und so und, ja, voll. Ja, und, und ich finde es halt cool, weil ich stehe auch total auf Planung und Konzeption und sowas und ich würde echt gern einfach mal so ein weirdes, altes Kostüm aus den Comics nehmen und vielleicht so mein eigenes Design draus machen und so und da bin ich ziemlich flexibel und was ich halt auch toll finde an den alten Kostümen sind die Farben sind auch so intensiv einfach und so. Genau, es ist schön bunt, ne? genau. Und, ja, und da muss ich aber dazu sagen zu diesen klassischen Marvel-Selbstdesigns und so, da geht man halt auch ein bisschen das Risiko ein, dass dich dann keiner erkennt. Ja, das ist halt immer, das hast du immer bei so Cosplays, die, ähm, on Design sind, Genau, genau und, äh, ich muss aber auch sagen, äh, das ist nämlich interessant, weil man würde jetzt wahrscheinlich nicht erkennt oder angesprochen oder so, weil keiner weiß, was du darstellst, aber wenn man dann von jemandem erkannt und angesprochen wird, dann ist das viel mehr wert, als wenn dich 30 Leute immer ein Foto fragen. Hm, ja, das stimmt. Ja, und du hast ja, ähm, auch noch andere Pläne momentan. Ich hab gehört, du hast da so einen kleinen Dungeons & Dragons Podcast luft. Uh, wo hast du denn das gehört? Erzähl uns mal doch davon. ja, ähm, also ich hab mit meinen Freunden überlegt, was wir so machen könnten, was sozial ist und das Ganze und, ähm, wir sind alle relativ kreativ und so und sind auch Dungeons & Dragons Fans äh, Fans und wir wollten einfach irgendwas gemeinsam haben, ein Projekt oder so und wir haben uns dann eben gedacht, wir machen Dungeons & Dragons Podcast, ähm, der heißt Dungeons & Danger. Äh, bis, bis jetzt war er noch nicht so dangerous, aber das kommt noch. Ha, 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 und den haben wir aktuell auf, äh, Spotify und wir sind auf Instagram mit Dungeons & Danger vertreten, ausgeschrieben freuen, wenn jemand reinhört. Ja, klingt auf jeden Fall mega. Also, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Äh, kannst du uns so zum Abschluss noch sagen, wo man dich denn online findet? Oh, ja, äh, klar, ähm, also unter Stark Crafts, ähm, auf YouTube und Stark.Crafts auf Instagram. Ähm, YouTube würde ich gerne wieder etwas aktiver betreiben, aber ich bin so kamerascheu. Und, ähm, auf Instagram, äh, da, also, ich baller die Stories eigentlich eh immer zu und poste in letzter Zeit auch etwas regelmäßiger, aber, ähm, naja, jetzt gerade etwas, etwas wenig, äh, Cosplay-Content. Leider. Ja, aber Hauptsache, man findet dich erst mal. Ja, ja. Ja, dann auch vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Ihr wisst ja, ihr findet uns immer auf nerdizismus.de und auf Spotify, iTunes und überall, wo man Podcasts hören kann. Ich würde sagen, das war's heute von uns und ciao! Ciao! Ich würde sagen, wie es gerade mit gen danger ist на evangelisierung. Karlsberg. Bis zum nächsten Mal.